Der Silberpreis ist am Freitag 3,5% in die Knie gegangen. War es das jetzt schon mit der Aufwärtsbewegung? Ist die ganze Freude schon vorbei? Bricht der Silberpreis jetzt ein? Oder handelt es sich nur um eine Korrektur? Lohnt hier also vielleicht doch bald wieder der Einstieg? Wie viel Schmerz müssen wir nach unten noch aushalten? Genau darum geht es in diesem Video. Um die Lage vernünftig zu sondieren, müssen wir wieder auf Big Picture Basis anfangen. Wir gucken uns den Wochenchart im Silber-Future an. Warum den Future anschauen? Einfach weil es ein real gehandelter Markt ist mit tatsächlichen Käufen und Verkäufern und mit tatsächlichen Umsätzen, die da getätigt werden. Alles spielt sich in einem Orderbuch ab. Das heißt, da ist Angst und Gier spiegelt sich in diesem Chart wieder. Genau das versuchen wir ja mit dem Chart einzufangen. Die Psychologie der Marktteilnehmer. Sind die Käufer in der Oberhand? Sind die Verkäufer in der Oberhand? Und wenn ein Markt um 3,5% fällt, da kann man natürlich auch erstmal denken, um Gottes Willen, die Verkäufer haben hier auf jeden Fall das Ruder in der Hand. Das war natürlich auch kurzfristig der Fall. Aber jetzt müssen wir gucken, wann wendet sich das Blatt beziehungsweise was ist überhaupt vorher geschehen? Und dazu der Blick hier auf die letzten Jahre, müssen wir sagen. Da hat sich der Silberpreis nur seitwärts bewegt. Und vor allen Dingen haben wir zuletzt im Bereich 26 US-Dollar gesehen, dass dort immer wieder Verkäufer aufgetreten sind. Hier auch schon gab es einmal so ein kleines Überschießen, dann aber im Bereich 26 Verkäufer, Verkäufer, Verkäufer aktiv gewesen. So und jetzt sind wir aus dieser Seitwärtsbewegung, sind wir nach oben ausgebrochen, und haben hier das letzte Verlauf hoch angelaufen. Und dann haben wir das gesehen, was wir an der Börse ganz häufig sehen, was jetzt wahrscheinlich bald auch wieder zu tragen kommt, nämlich dieses alte Widerstandsniveau im Bereich 26 wurde zur Unterstützung. Das gucken wir uns gleich auf Tagesbasis nochmal an. Da wird es ein bisschen klarer deutlich sichtbar. Da, wo die alten Verkäufer aktiv waren, da werden Käufer aktiv. Das ist einfach natürlich nicht immer so, aber häufig genug, um daraus am Ende des Tages einen Profit schlagen zu können. So, das wurde angetestet und mit dem nächsten Schub nach oben. Und da sehen wir diese dynamische Bewegung, diese Aufwärtsbewegung. Klar, da sind die Käufer aktiv. Warum? Na, weil sich dieses ganze Gebilde, was sich über mehrere Jahre gezeigt hat, das wurde jetzt aufgelöst. Jetzt ist quasi eine neue Zeitrechnung gekommen. Jetzt sind wir im Aufwärtstrend. Und im Aufwärtstrend müssen wir gucken, dass wir möglichst aggressiv in den Markt einsteigen. So, und jetzt haben wir zuletzt hier das Range hoch, 29 bis 30 Dollar überwunden. Und jetzt stehen wir ja kurz davor wieder. Und jetzt gucken wir, was ist hier passiert? Was ist wahrscheinlich, was hier im Bereich 29 bis 30 passiert? Nämlich, dass dort die Käufer wieder aktiv werden. Wo früher die Verkäufer aktiv waren, auch hier, werden wahrscheinlich die Käufer aktiv. Und dann haben wir eine gute Chance. Nächstes Ziel, wir sind im Bereich 35 US-Dollar, später im Bereich 43 bis 44 Dollar. Schauen wir uns das Bild auf Tagesbasis an. Und hier sehen wir es einfach noch mal ein bisschen klarer. Hier, das alte Widerstandsniveau, wurde ziemlich perfekt angelaufen. Dann haben sich hier so Schatten gebildet. Das zeigt, dass da Käufer aktiv sind. Muss man aber gar nicht darauf achten. Oft reicht es einfach mit dem Wissen, was wir haben, mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wir sagen, genau da ist der richtige Einstieg. Und natürlich, elementar wichtig im Trading, Risiko- und Moneymanagement. Ihr müsst vorher einen Plan haben, wie viel bin ich bereit zu verlieren, das Umsetzen, Ummünzen dann entsprechend, wie viele Hebelzertifikate, Futures, was auch immer, darf ich denn da entsprechend kaufen, dass ich auch nur das verliere, was ich am Ende auch bereit bin. Und deshalb muss ich mir natürlich auch Gedanken über einen Stop-Loss machen. Wann steige ich aus, wenn das Ding schief geht? Und hier diese Bewegung nach oben, wieder sehr dynamisch. Große Kerzen, gestiegenes Handelsvolumen. Handelsvolumen insgesamt sowieso bei dem Ausbruch. Da müssen größere Kräfte am Werk sein. Sonst hätten wir hier nicht so ein hohes Handelsvolumen. Wenn wir das mal rein optisch vergleichen, hier, bam, und dann kam der Anstieg. Da ist hohes Volumen. In der Aufwärtsbewegung ist mit hohem Volumen getrieben, gutes Zeichen. Und jetzt sehen wir den Rücksetzer. Also achten wir auf 29 bis 30 US-Dollar. Und hier können wir wieder schauen. Schatten unten zum Beispiel. Umkehrsignale auf Candlestick-Basis kann man nutzen, um hier in den Markt einzusteigen. Man kann auf kleinerer Zeiteinheit gucken, wie sich dort der Markt verhält, ob man schon sehen kann. Zum Beispiel auch mit einem kurzfristigen Abverkauf in diesem Bereich. Hohes Handelsvolumen nach unten. Oder einfaches Vertrauen sagen, das hier ist die Sweet Zone. Da ist es interessant, in den Markt einzusteigen und Potenzial nach oben haben wir ebenfalls genug. Schauen wir uns den Goldpreis an. Gold und Silber gehen ja ungefähr Hand in Hand. Und auch im Goldpreis haben wir die dynamische Aufwärtsbewegung gesehen. Und jetzt sind wir in der Korrekturphase. Ja, wir haben zuletzt dieses Verlauf hoch so minimal überschritten. Das ist aber jetzt überhaupt nicht dramatisch. Denn so eine Korrekturphase, die dauert einfach immer länger. Da brauchen wir nur hier zum Beispiel schauen. Hatten wir auch so einen ersten Versuch, im Goldpreis auszubrechen. Dann ging es erst mal wieder noch ein paar Monate seitwärts, bis dann der tatsächliche Ausbruch gelungen ist. Und auch so müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir uns einfach noch ein paar Wochen, ein paar Monate seitwärts bewegen. Und ein schönes, markantes Einstiegsniveau ist in der Range. Und es kann aber auch gut sein, dass der Kurs noch ein bisschen tiefer läuft. Deswegen sollte man hier den Stop-Loss jetzt nicht zu eng setzen, direkt unter der Kerze, sondern hier müssen wir dem Markt ein bisschen Luft geben zum Atmen. Das Tief kann noch mal leicht unterschritten werden. Und ich gehe davon aus, dass es wirklich nur leicht unterschritten wird. Aber hier im Goldpreis, sagen wir im Bereich 2,280, gute Chancen, dass sich der Markt da wieder hält und dann Richtung Range hochläuft. Und vielleicht sehen wir dann noch mal ein Abtasten der unteren Marke. Aber das wissen wir vorher nicht. Schauen wir uns die Minenaktien an. Und auch die brauchen eine kleine Verschnaufpause, beziehungsweise das zeigt uns das Chartbild. Und jetzt geht es ja wieder darum, wo können wir denn Positionen aufstocken, wo können wir Positionen aufbauen, wenn man noch keine hat. Vom Bereich, sagen wir mal 25 bis 27, schöne dynamische Aufwärtsbewegung. Da, wo vorher die Käufer aktiv wurden, wurden sie damals ja hier auch Anfang des Jahres. So, Bam, Aufwärtsbewegung. Dann haben wir im Bereich 32 bis 33. Hier war Widerstand, wurde zur Unterstützung und dieses Niveau, das kann noch mal gut angelaufen werden. Also wir müssen hier noch mal ein kleines bisschen Schmerz aushalten. Und hier haben wir aber eine gute Chance, dass sich der Markt dort fängt und wieder nach oben abdreht. Negativ wäre es, und da muss man sich ja auch immer Gedanken machen, mal ein negatives Szenario aufstellen. Nicht jetzt all-in investiert sein und dann nicht wissen, wie steige ich aus der Position wieder aus. Dieses ganze bullische Szenario, was wir in den Edelmetallen haben und jetzt natürlich auch in den Minenaktien, das fängt an zu bröckeln. Das wird schon hinfällig, wenn wir hier unter die 32 fallen. Also mal ein Tages- oder Wochen-Schlusskurs drunter. Dann müssen wir einfach klar eingestehen und sagen, puh, so richtig bullisch sieht das Ganze jetzt nicht mehr aus. Also immer Plan machen, positiv, aber auch für negative Entwicklung. Sehr spannend auch das Platin, aktuell sogar, denn hier haben wir im Grunde eine ziemlich große, breite Range und da sind wir jetzt in der Mitte der Range. Ja, Mitte der Range, Mitte des Teichs, da ist es nicht optimal zu fischen und hier müssen wir so ein bisschen, hier brauchen wir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, um hier tatsächlich eine schöne Entscheidung treffen zu können. Aber wir hatten zuletzt gesehen, im Bereich 1000 bis 1000 bis 1030 US-Dollar roundabout, da war Verkauf, Verkauf, Verkaufsdruck, Verkaufsdruck. So, jetzt wurde das Niveau überschritten. Käufer haben ordentlich Stärke gezeigt. Jetzt wird es wieder angetestet. Und wie geht der Spruch noch? Wechselnde Polarität, alter Widerstand wird zur Unterstützung. Käufer werden hier aktiv. Tief, dieses Tief, also ich sage mal 1020, haben wir eine gute Chance, dass das nochmal unterschritten wird. Und das hier unten ist die Suize und da müsst ihr gucken. Hier, kleine Umkehrsignale und wir haben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis im Platin. Irgendwie hier drunter will ich den Kurs nicht mehr sehen, aber dann haben wir das Risiko und die Chance nach oben. Chance-Risiko-Verhältnis kann hier gut, sehr gut passen. Und jetzt mal noch der ehemalige Liebling, Palladium. Hier sehe ich, dass wir den Bereich 860, da wäre es optimal, wenn wir den nochmal unterschreiten. Und genau hier müsst ihr drauf achten. So 820 bis 860, Sweet Zone. Da, wo vielleicht sogar ein bisschen Panik aufkommt, da kann es interessant werden für, ich sage mal, die Wissenden oder für diejenigen, die eine Ahnung, eine Vorstellung dafür haben, wie sich ein Markt immer und immer wieder funktioniert. Wenn man sich nicht ärgerlich abfischen lassen möchte, das ist der Preisbereich, der wird interessant, um hier einzusteigen. Da müssen wir aber nochmal näher drauf gucken, wenn das Tief hier tatsächlich erreicht wird. Also unbedingt im Auge behalten, wer in dem Bereich hier im Palladium noch aktiv werden möchte. Denn das Palladium hat ja doch schon noch auch gutes Potenzial. Also das Chance-Risiko-Verhältnis ist auch hier ziemlich gut. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie, hast du dir Gedanken gemacht, an welchem Punkt deine Investments in Gold, Silber, Minenaktien wohl nicht mehr aufgehen werden, beziehungsweise an welchem Punkt du vielleicht in Panik geraten könntest, weil du sagst, um Gottes Willen, jetzt läuft es doch nicht so, wie erwartet. Jetzt sind meine ganzen Gewinne, die ich angehäuft habe, sind schon wieder aufgefressen und jetzt droht meine Position im Verlust. Naja, habe ich Angst, dass ich sie im Verlust schließen muss. Wenn du dich mit diesen Gedanken rumquälst, wenn du dir keinen Plan gemacht hast, sowohl im Profitfall, also wo steige ich denn mal aus, wenn meine, wenn Gold im Gewinn ist, Silber, meine Minenaktien im Gewinn sind, wo steige ich aus, wenn es nicht so läuft, wie erwartet. Das ist elementar wichtig, dass ihr euch da unterschiedliche Szenarien aufstellt, damit ihr einen klaren Plan habt. Okay, was mache ich denn wann, wenn das passiert, wenn das passiert. Wenn ihr dabei Hilfe benötigt, wenn ihr Hilfe benötigt, auch, ich sag mal, das Maximum aus einem Trade rauszuholen, zu sehen, wann macht es Sinn, aus einer Position auszusteigen. Meldet euch bei mir, steinrückenakademie.de Tragt euch einfach für ein Strategiegespräch ein und dann sprechen wir mal drüber, wie man da so einen Plan aufstellen könnte, beziehungsweise wie auch eine Zusammenarbeit Sinn macht, wenn ich dich dabei begleiten soll, wenn ich dir dabei helfen soll. Denn die Märkte bewegen sich ja immer in ganz ähnlichen Zyklen. An der Börse, die Bewegungen sind immer sehr ähnlich. Und deshalb können wir auf lange Sicht uns da auch einfach schön ein Scheibchen rausschneiden, unser Konto Stück für Stück, langsam, gemächlich, manchmal auch dynamischer, wachsen lassen. Wenn ihr da Bock drauf habt, seid herzlich willkommen. Schauspieler Schauspieler